Leute wir haben die 100 Abonnenten. Es ist einfach nur krass wirklich, wie man so schnell 100 Abonnenten kriegen kann. Obwohl naja es schwankte früher immer zwischen 99 und 98. Aber jetzt habe ich einfach die 100 Abonnenten. Also erstmal vielen vielen Dank. Boah das kann ich nicht glauben wir haben sie einen wichtigen Meilenstein erreicht auf YouTube. Also vielen Dank. Und es wird am Freitagmorgen ein Überraschungsvideo, ein Special Video geben an einem Bahnhof. Aber ich verrate noch nicht welchen Bahnhof. Also seid gespannt. Ein kleiner Tipp. Es ist leider nur ein kleiner Bahnhof. Aber trotzdem ich hoffe er wird euch gefallen. Also lasst ein Like da. Kommentiert das Video wenn ihr wollt. Ich zwinge euch nicht dazu. Und ja vielen Dank für 100 Abonnenten. Ciao Ciao.